Willkommen zur 49. Hundevermittlung. Man glaubt es kaum, 49 Mal haben wir euch inzwischen Hunde vorgestellt, die bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Und wir fangen an mit dem Herbert. Der Herbert ist ein Steph-Rottweiler-Mix. 2005 ist er geboren und seit Februar 2014, also seit drei Monaten, wieder bei uns im Tierheim. Und er ist ein Sorgenkind. Daher suchen wir Interessierte mit einem großen Herzen. Warum? Ja, also Herbert ist aus einer Vermittlung zurückgekommen. Und zwar eskalierte die Essenssituation am Tisch und es ist da zu einem Beißvorfall gekommen. Das heißt, er hat also in seiner Familie eine Futteraggression entwickelt, an der unbedingt gearbeitet werden muss. Der kommt ja ursprünglich aus schlechter Haltung. Ja, ganz ursprünglich aus schlechter Haltung. Ist ursprünglich mal abgegeben worden. Ja, auch da. Ja, aus Überforderung. Die Leute, die ihn aus dieser schlechten Haltung befreit hatten, waren überfordert mit ihm. Die haben ihn auch schon mal gefilmt. 2012. Ja, Oktober, November. Oktober, November, genau. Da hast du ihn noch mit Keksen, ja sozusagen vollgestopft. Ja, aber das geht jetzt halt nicht mehr. Er ist ein älterer, selbstbewusster Herr. Ja. Da suchen wir so mit Glanz, sieht schön auf dem Lande. Genau. Und wirklich erfahrene Halter mit konsequenter Führung und natürlich ohne Kinder. Absoluter Einzelhund. Ja. Auch keine Katzen, keine Kleintiere, sonst was. Nein, keine Artgenossen, keine anderen Tiere. Er ist sehr, sehr wachsam. Ja, also er würde auch auf seinen Hof so aufpassen. Ja, denke ich auch. Und aber, man muss auch sagen, er ist so ein gemütlicher Typ, was so das Spezieren angeht. Also manchmal ist er so stur, da muss er eher überredet werden. Ja, er setzt sich dann, das sieht man manchmal, einfach hin und sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust. Nö, heute nicht. Und das Wetter ist so schlecht und so. Er ist eher ein Frauenhund. Bei Männern ist er eher so ein bisschen misstrauisch. Ich meine, ich habe ihn zwar vorhin nach einigen Minuten her auch mal gestreichelt, aber er mag eher Frauen. Ja, ja, wahrscheinlich liegt das an dieser ursprünglichen Geschichte, damals diese schlechte Haltung. Da wird das wohl im Zusammenhang stehen. Aber wenn er wirklich Vertrauen hat und einen kennt, dann ist er auch wirklich zugetan. Er ist auch anhänglich, nett, kuschelt auch gerne. Ja, unser Herbert. Neun Jahre alt, Steph-Rottweiler-Mix. Wir hoffen natürlich, dass wir unser Sorgenkind diesen Monat vermitteln können. Das wäre natürlich bombastisch. Ja, klar. Nochmal den Aufruf, wir suchen Interessierte mit einem großen Herzen. Infos zu Herbert gibt es bei uns im Tierheim. Können wir jetzt freuen? Ei. Ne, ich will mal Ei machen kurz. Wie soll ich jetzt? Die Silke macht noch Ei bei der Lolita. Die kommt jetzt. Ein Dackelmix, so ein bisschen spitz mit drin. Aber man kann, glaube ich, sagen, langer Dackelmix. Seit 13.11. letzten Jahres bei uns wieder im Tierheim. Und das ist nicht das erste Mal, sondern die war dreimal, ist sie bereits zurückgekommen. Ja, zweimal unverschuldet, weil immer ihr Herrchen oder Frauchen gestorben ist. Und aber auch einmal wegen Schnappen und Beißen, das muss man auch sagen. Sie ist schon... Die kleine Diva. Ja, ja, Name ist Programm. Lolita, genau, da ist der Name Programm. Und das ist, wir hatten die Lolita ja auch schon mal gefilmt. Ja, zweimal sogar. Zweimal gefilmt. Und in 49 Hundevermittlungen bin ich nur einmal gebissen worden. Geschnappt. Geschnappt worden. Das war auch Lolita. Kann man sich übrigens auch ansehen. Das war, ich glaube, unsere zweite Sendung, Juni, Juli 2010, das eine Mal. Und dann 2013 im Sommer, Juni, Juli, hatten wir sie auch noch mal. Aber jetzt wollen wir sie wirklich zum letzten Mal filmen. Und jetzt soll sie auch wirklich in ein endgültiges Zuhause umziehen. Denn sie ist verträglich mit Artgenossen, kann aber manchmal auch ein bisschen zickig sein. Genau. Und ja, wie gesagt, also man braucht schon Zeit, bis man ihr Herz erobert, bis sie einem das schenkt. Mit Zeit und Geduld klappt das. Genau, dann klappt das. Sie ist ja auch bestechlich, haben wir ja gesehen. Bei dir besonders, das stimmt. Ja, wichtig ist halt, dass das wirklich erfahrene Halter sind, gerne auch dackelerfahrene Halter. Oder, ähm, denn, äh, ja, sie, wenn ihr was nicht passt, ähm, dann, ähm, sagt sie da schon mal Bescheid. Und dann schnappt sie auch, ne? Also deswegen, da müssen schon die Leute erfahren sein und halt auch mit ihr dran arbeiten. Und wenn sie Vertrauen gefasst hat, ist sie ja auch anhänglich und verschwust. Ja, ja, deswegen muss ich sie ja eben auch noch mal kuscheln. Ähm, ja, also ich glaube, wenn, äh, Lolita ihr Herz verschenkt und die Halter ihr Herz verschenken, dann, äh, passt das. Haben wir gesagt, keine Kinder? Sollte man auch noch dazu sagen? Ja, das auf jeden Fall. Keine Kinder, ne? Genau, ähm, Halter mit Geduld, klarer Führung, dann sollte das passen. Und sie hat sich ja, wie ihr gerade gesehen habt, von ihrer besten Seite gezeigt. Die Lolita, Dackelmix 2008 geboren, Infos unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Weiter geht's mit einem Weimeraner Labrador-Mix und zwar dem Benni. Der Benni ist im September 2010 geboren und seit März bei uns im Tierheim. Der kam von einem befreundeten Tierschutzverein zu uns, weil man hofft, dass er sich bei uns besser vermitteln lässt. Mhm, und du bist schon wieder ganz hin und weg, ne? Ja, ist mein Beutelschema, das stimmt. Den Benni mag ich wirklich gerne. Genau, also Heiko kann sich schon wieder nicht konzentrieren, aber hat schön die kleinen Herzchen im Auge. Hat er. Ja, also bei Benni ist es halt so, dass er leider aus reiner Zwingerhaltung kommt. Das heißt, die neuen Halter haben noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Ja, das muss man so sagen, denn er kann halt noch nicht alleine bleiben. Nee, kann er nicht. Er macht alles kaputt. Alles. Er ist auch noch nicht stubenrein. Er braucht noch viel, viel Erziehung und Auslastung. Ja, auf jeden Fall. Also sowohl körperlich als auch geistig natürlich. Ja. Aber dafür ist er wirklich sehr lieb, sehr anhänglich. Sehr verschmust. Ja, und er will wirklich seinem Menschen gefallen. Er möchte eigentlich alles tun, was sein Mensch von ihm verlangt. Ältere Kinder wären auch okay. Ja, aber es sollten schon größere sein. Ältere, größere, standfeste. Denn er ist wirklich stürmisch und ungestüm und temperamentvoll. Und er ist eher ein Einzelhund. Ja, das ist er, denn ja, er ist halt bedingt verträglich, aber er sucht sich schon die Schwächsten aus. Und ja, deswegen sollte man ihn schon lieber als Einzelhund halten. Gesucht werden jetzt wirklich so sportliche Leute mit Zeit und Geduld und die wirklich Spaß daran haben. Mit dem Benni zu arbeiten. Ja, genau. Und dann muss er halt das Einmaleins des Hundelebens noch lernen. Lernen und ihm das beibringen. Ja, aber er hat Spaß daran. Und eigentlich haben die Menschen auch Spaß daran. Heiko ist schon hin und weg. Bin ich, das stimmt, bin ich tatsächlich. Der Benni, der Jagdhunde mag viel Walmeraner, der wird mit Sicherheit seinen Spaß haben. Und bevor er auch wirklich Lust hat, ganz, ganz viel mit dem Hund zu arbeiten, denke ich, wird mit Benni wirklich viel Spaß haben. Und jetzt kriegt er noch eine Belohnung. Benni. Da laufen schon Hunde draußen rum, ne? Komm mal her. Du. Wusstest du, was ich hier habe? Nein. Na, dann muss ja. Weg ist er. Ach. Oh, ist das ein süßes Vieh. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Miezebello-Gewinnspiel. Ihr wisst ja, macht ein Foto von euch und eurem Hund und schickt es an, und einen kurzen Text natürlich auch dazu, und schickt es an tierheimtv at tierheim-hannover.de und gewinnt einen 25 Euro Gutschein für eine der Miezebello-Filialen in und um Hannover. Wir haben wieder einige Einsendungen bekommen, drei haben wir ausgesucht, liegt daran, weil wir uns wieder mal nicht einig waren. Wieder zu dritt, jeder will was sagen. Drei Leute, drei Meinungen, ja, geht nicht. Und zwar, ihr seht sie ja jetzt, die drei, die wir ausgesucht haben. Das ist einmal die Sabine aus Hannover mit ihrem Hund Strolch, ein Rhodesian Ridgeback-Mix. Und die Bullterrier-Hündin Lady mit ihrer Familie Martin und Gundula. Und dann haben wir noch Shizu-Hund Robby und René aus Langenhagen. So, und jetzt werden wir wieder losen. Eigentlich bin ich, glaube ich, diesmal mit Ziel. Ja, gut, wenn du willst. Ich darf heute den Gewinner abziehen. Er will ja eigentlich immer. Du hast letzten Monat. Du hast letzten Monat? Ich nehme jetzt den. So, und gewonnen hat Shizu-Robby und René aus Langenhagen. Das ist die Martina Harenberg. Das ist die Mama vermutlich. Ich meine, ich glaube nicht, dass der René schon selber mitgemacht hat. Herzlichen Glückwunsch. Der 25-Euro-Gutschein geht dir in Kürze zu. Nicht vergessen, Foto machen von eurem Hund und von euch. Kurzen Text dazu. Wie heißt der Hund? Was für eine Rasse? Wo kommt er her? Nicht zu viel Text. An tierheimTV at tierheim-hannover.de Wir drücken euch die Daumen. Und wir streiten uns wieder. Machen wir. Wer Cocker Spaniel mag, dürfte unter Umständen mit Milan den richtigen Hund finden. Und zwar, der Milan ist im Januar 2009 geboren, wie gesagt, ein Cocker Spaniel. Und seit Januar 2014 bei uns im Tierheim, weil er den Vorbesitzer gebissen hat, weil er etwas wollte, was der Milan anders sah. Der Sturkopf. Ja, genau so ist es. Also Milan ist halt auch wirklich misstrauisch bei Fremden. Uns vertraut er im Moment auch noch gar kein Stück. Aber wenn er den Vertrauen gefasst hat, und das seht ihr gerade anhand der Bilder mit der Tierpflegerin, dann ist er sehr, sehr, sehr schmusig. Und wenn Milan auch weiß, wo sein Platz ist, dann ist er ja auch wirklich lernwillig. Er braucht noch viel Erziehung. Ja, aber er lernt halt schnell. Er ist mit Rüden und Hündinnen verträglich, so einfach nach Sympathie. Ja, genau. Denn er ist doch schon, er ist auch so ein bisschen was Diebenhaftes. So den einen mag er, den anderen nicht. Das ist egal, ob es Rüde oder Hündin ist. Er hat natürlich einen Jagdtrieb, Cocker Spaniel typisch. Und er ist ein bisschen bellfreudig. Ja, nichtsdestotrotz kann er auch stundenweise alleine bleiben. Und auch wenn er jetzt so draußen unterwegs ist, ist er doch ganz schön hektisch und aufgedreht. Auch wenn das hier jetzt nicht so zeigt. Wir suchen für den Milan rassebegeisterte, hunderfahrene Halter. Und ich denke, die werden dann auch viel Spaß mit dem Milan haben. Ja, und er ist ja auch wirklich schön mit seinen Öhrchen. Ich mag das mit diesen langen Öhrchen. Überhaupt ein hübscher Cocker. Infos zu Milan kriegt er direkt bei uns im Tierheim. Aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat wurde übrigens bedauerlicherweise nicht ein einziger Hund vermittelt. Zahlen der Hundevermittlung vom Vormonat, das haben wir bei YouTube gesehen, sind auch wirklich schwach. Daher unbedingt die Hundevermittlung vom Vormonat nochmal anschauen. Wir zeigen euch aber jetzt die Hunde auch nochmal in Bildern. Das war im Einzelnen Wehren. Meine Herzerlein, Silke. Der unsichere Zinmo. Wer ist noch da? Der selbstsichere Lukas. Und der selbstbewusste Willi. Unser Sorgenkind Spencer. Ja, und der Turbosturmherzeroberer Spikey. Der coole Typ Spike hat zwar einen Interessenten, aber er wäre unter Umständen auch noch zur Verfügung. Also bitte Hundevermittlung vom Vormonat um den nochmal anschauen. Jetzt stellen wir euch einen Malinois-Mix vor. Und zwar den Maddox. Der Maddox ist sieben Jahre alt und seit Sommer 2013, also fast ein Jahr bei uns im Tierheim. Grund der Vorbesitzer war stark überfordert. Er verteidigt sein Futter, knurrt und würde dann unter Umständen auch beißen. Nicht schnappen, sondern beißen. Genau. Nichtsdestotrotz hat natürlich Maddox eine sehr gute Grunderziehung. Er ist auch hier an das Tragen eines Maulkorbs gewöhnt. Allerdings verträgt er sich nur mit Hündinnen. Also Rüden sind nicht sein Pfeil. Aber er kann stundenweise alleine bleiben. Er fährt auch gerne im Auto mit. Ja, und er will natürlich geistig ausgelastet werden. Und gesucht sind hier wirklich also rasseerfahrene Halter, die auch mit Hilfe eines Hundetrainers weiter mit ihm arbeiten wollen. Das muss man so sagen. Denn bei geklärter Rangordnung ist Maddox wirklich ein ganz super anhänglicher Hund. Verschmuster Hund. Ja, der halt auch wirklich für seinen Besitzer alles tut. Aber die Rangordnung muss halt wirklich geklärt werden. Gehorsam ist er auch. Ja. Da funktioniert auch alles. Man muss ja halt noch mit ihm arbeiten. Ja, genau. Deswegen also rasseerfahrene Halter und sonst ist er wirklich bildschön, oder? Ist er. Der Maddox, ein Malinois-Mix. Infos zu ihm bekommt ihr direkt unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Diesmal ist mein Beuteschema. Ich wollte es nicht sagen. Aber er ist ein Süßer. Er ist echt süß. So, jetzt kannst du zur Mama. Und schon sind wir beim letzten Hund angelangt. Und zwar ein Rhodesian Ridgeback-Boxer-Mix. Der hat er die ganze Zeit zwischen uns gesessen. Jetzt will er nicht mehr. Aber er ist ja leicht bestechlich. Und zwar der Loki. Der Loki ist im August letzten Jahres geboren. Also gerade mal acht Monate alt. ist seit April bei uns im Tierheim, weil er den Sohn der Familie nicht akzeptierte, knurrte und dann auch geschnappt hat. Silke, was haben wir denn noch zu diesem hübschen Hund? Uns hat er beide diesmal Finger gewickelt. Er wird also nicht mehr, da mache ich mal weiter, er wird nicht mehr zu Kindern vermittelt. Nein, also das machen wir nicht. Denn, ich sag mal, man hat auch mit Loki erst mal genug zu tun. Ja. Denn Loki ist wirklich noch völlig unerzogen. Aber er ist aufgeweckt und er ist hibbelig. Und ja. Ja, also ich meine, er ist ja neun Monate. Darf er das? Das ist wirklich das Einmaleins, das Hunde Einmaleins lernen. Er ist natürlich lauffreudig, aktiv. Und man muss sich halt wirklich mit ihm beschäftigen. Auch kopfmäßig. Bleibt stundenweise auch alleine. Ja. Ist mit Artgenossen toll verträglich. Ganz toll, gut verträglich. Wir brauchen aber jetzt hundeerfahrene Menschen, die eben diese Erziehung mit ihm nachholen. Und ja, die eigentlich auch mit seinen jagdlichen Ambitionen umgehen können. Denn die hat er halt auch. Da ist dann ja jetzt Speck, ganz klar. Ja, was haben wir denn noch zu diesem Rohdiamanten zu sagen? Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Ja. Der erste Hund, der uns heute wirklich beide um den Finger gewickelt hat, ganz schnell. Der Loki. Ja. Weitere Infos zu ihm gibt es direkt bei uns im Tierheim. Das war der letzte Hund. Noch schnell für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen. Am 20.06., Freitag, der 20.06., ab 20 Uhr, das Tierschutzmagazin. Da gibt es unter anderem einen Bericht über den Traumjob Tierphysiotherapeut. Bring ich dich aus dem Konzept lassen. Ja, ist gut. Und eine Woche später, am 27.06., den Freitag, das Tierheimmagazin, ab 20.15 Uhr mit der aktuellen Hunde- und Katzenvermittlung. Wir verabschieden uns von euch. Bis dann. Tschüss.